Heute stellen wir uns bei Raumplanung TV mal die Frage, welches ist die nachhaltigste Region in Deutschland oder zumindestens mal in Rheinland-Pfalz? Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Raumplanung TV. Vielleicht hat der ein oder andere von euch sich auch schon mal diese Frage gestellt, die heute der Titel des Videos ist. Welches ist die nachhaltigste Region in Deutschland? Ich muss zugeben, eigentlich will ich diese Frage gar nicht in diesem Video beantworten, denn ich bin der Meinung, diese Frage kann man nicht ohne weiteres beantworten. Man kann aber raumplanerisch oder raumplanungswissenschaftlich ein Muster entwickeln, anhand dessen man zumindestens theoretisch bestimmen kann, welches die nachhaltigste Region in Deutschland ist. Und genau das wollen wir heute machen. Dazu habe ich hier ein Beispiel vom Bundesinstitut für Bauen, Stadt und Regionalentwicklung in Bonn, das eine solche Analyse mal für Deutschland aufgestellt hat. Wir haben jetzt hier beispielhaft auf diesen Zettel, der von einer Vorlesungsfolie kopiert ist, die ich im Studium hatte, mal die Planungsregionen in Rheinland-Pfalz aufgelistet. Dieses BBSR, wie es abgekürzt ist, hat vor einigen Jahren tatsächlich mal eine solche Analyse aufgestellt und die verschiedenen Planungsregionen in Deutschland miteinander verglichen. In jedem Bundesland gibt es nämlich eine bestimmte Anzahl an Planungsregionen. In manchen Bundesländern entsprechen diese Planungsregionen den Regierungsbezirken. In vielen Bundesländern sind diese aber die Summe einer bestimmten Anzahl von Kreisen und kreisfreien Städten, die gemeinsam die Planung für eine bestimmte Region machen. Wie dem ein oder anderen von euch, der regelmäßig meine Videos guckt oder der sich ein bisschen mit der Raumplanung auskennt, sicherlich bekannt ist, gibt es in Deutschland drei Ebenen der Raumplanung. Die Bundesebene, die Landesebene und die kommunale Ebene. Und auf der Landesebene gibt es zwei Ebenen. Es gibt einmal das Landesentwicklungsprogramm, das für das jeweilige Bundesland aufgestellt wird. Und dann sind vom Land verschiedene Planungsregionen bestimmt, die nochmal Regionalpläne aufstellen, um eben konkrete Sachen, die nur für eine bestimmte Region in dem Bundesland relevant sind, zu machen. Weil sich ja auch innerhalb der Bundesländer die Regionen voneinander unterscheiden. So gibt es eben in Rheinland-Pfalz diese fünf Planungsregionen. Also die Rhein-Pfalz, die Westpfalz, Mittelrhein-Westerwald, Trier und Rhein-Hessen-Nahe. Diese Planungsregionen kann man natürlich anhand von bestimmten Indikatoren, also Messwerten, untereinander vergleichen. Das kann man auf Landesebene machen, aber natürlich auch auf Bundesebene. Und genau das eben wurde hier gemacht. Dazu wurden verschiedene Indikatoren aus dem Bereich ökonomische Wettbewerbsfähigkeit, soziale und räumliche Gerechtigkeit und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen herausgepickt. Wie der ein oder andere vielleicht weiß, sind dies die drei Bereiche der Nachhaltigkeit. Also Ökonomie, Soziales und Ökologie. Da hat man dann verschiedene Indikatoren bestimmt, die nach Meinung dieses BBSR für Nachhaltigkeit stehen können. Das sind zum Beispiel im Bereich der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit die Indikatoren Brutto-Wertschöpfung, Beschäftigte im Bereich der Forschung und Entwicklung und Beschäftigte mit Hochschulabschluss. Dass man diese Indikatoren gewählt hat, ist, weil man an diesen Hand, diesen Faktoren sehr gut erkennen kann, welche Bereiche der Wirtschaft und Wissenschaft abgedeckt werden. Und ob viel, zum Beispiel nachhaltige Sachen wie regenerative Energien oder Biogasanlagen oder Verkehrswende investiert wird. Dann im Bereich der sozialen und räumlichen Gerechtigkeit wurden die Faktoren Erwerbseinkommen, Sozialhilfeempfänger, Erwerbstätigenquote, Erwerbstätigenquote der Frauen, Arbeitslosigkeit, Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss, ausländische Schüler in höheren Schulen, Wohnfläche, kommunale Schulden. Ja, diese Faktoren ausgewählt. Auch hier sind es wieder Faktoren, anhand derer man feststellen kann, wie gut eine Region dasteht. Denn Regionen mit einer sehr guten Erreichbarkeit, wenig Arbeitslosen, vielen Erwerbstätigen, nachhaltigen Unternehmen oder auch einer sehr guten Sozialstruktur sind meistens nachhaltiger. So, und im Bereich Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wurden die Faktoren Fließgewässer mit biologischer Güte 2 und besser, Siedlungsabfälle, Energieverbrauch, Anteil geschützter Gebiete und Siedlungsflächenentwicklung ausgewählt. Auch hier sind es wieder Faktoren, die eben typischerweise zeigen, wie krass eine Region ökologisch geprägt ist. Zum Beispiel Anteil geschützter Gebiete, wie viele Naturschutzgebiete gibt es. Wie entwickelt sich die Siedlungsfläche? Fündet eher Bauen in der Innenentwicklung statt oder eher Bauen im Außenbereich? Und natürlich auch der Bereich Energieverbrauch, der natürlich eben zusammen mit der Energiewende sehr wichtig ist. Und dann wurden diese Faktoren verglichen. Wie macht man das jetzt? Man geht hin und gibt den Faktoren verschiedene Werte. Der höchste Faktor oder der Faktor, den man als positivsten ansieht, kriegt dabei den höchsten Wert. Sagen wir mal auf einer typischen Notenskala, wie Sie der eine oder andere vielleicht aus der Schule kennen. Der höchste Wert, also der Wert, der am besten ist, kann ja auch natürlich der niedrigste Wert sein, aber der beste Wert, sagen wir es einfach mal, der kriegt den Wert 1. Also sehr gut. Und der schlechteste Wert, der kriegt den Wert 6. Und die anderen Werte werden dann natürlich auch mit Dezimalzahlen und so weiter dazwischen einsortiert. Und die Region, die insgesamt dann als Endergebnis die beste Note erreicht oder den besten Zahlwert hat, also in dem Fall die niedrigsten, also den, der dem Zahlwert 1 am nächsten kommt, der ist dann die Region, die am besten dasteht. Oft macht man es aber auch so, dass man hingeht und man sagt, so der Durchschnittswert, das ist der Wert 0. Und die Werte, die quasi über dem Durchschnittswert liegen, die bekommen den Zahlwert 1. Und die Sachen, die unter diesem Durchschnittswert liegen, kriegen den Zahlwert minus 1. Und dazwischen. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man muss sich natürlich immer überlegen, wie bewertet man sowas. Da muss man sich dann ein gutes System überlegen, aber das muss man als Traumkern erkennen können. Und dann hat man in einer solchen Analyse, kann man dann die verschiedenen Indikatoren und die verschiedenen Regionen untereinander vergleichen. Wie ich eben schon gesagt habe, die Region, die dann den besten Wert bekommt, also den Wert, der als am positivsten angesehen wird, diese Region ist dann im Prinzip die nachhaltigste Region in Deutschland. So, und damit wir die Frage, die am Anfang gestellt wurde, wenigstens mal für Rheinland-Pfalz beantworten, schauen wir uns nochmal hier diese Grafik an. Und wenn man dann hier so die Werte vergleicht, dann kann man hier erkennen, leider kann ich das nicht größer zeigen, weil eigentlich darf ich vorliegen, sondern nicht zeigen. Aber wenn man das, wie gesagt, jetzt so vergleicht, dann sieht man, dass hier, wenn man es grafisch darstellt, ganz interessante Strukturen entstehen. Ja, und die Region, die am Ende, zumindest in der anderen Pfalz, am nachhaltigsten ist, das ist die Rheinland-Pfalz. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erwartet hättet, aber wenn man sich auch mal so anschaut, wie ist die Region so geprägt, man hat am Hartrand noch Teile des Biosphärenreservates Felserwald-Wasgau und man hat eine sehr gute Bus- und Schienenverbindung Richtung Mannheim-Ludwigshafen und auch dort wird sehr viel auf Nachhaltigkeit gesetzt. Man versucht in beiden Städten, trotz der Prägung durch Chemieindustrie, immer mehr auch die Luftverschmutzung zu verbessern, neue Konzepte zu entwickeln, wie man das filtern kann. Die Hochschulen bieten entsprechende Studiengänger an und auch das Leben zwischen Ausländern und Deutschen, sag ich mal, funktioniert sehr gut und auch die Sozialstruktur ist sehr gut, auch wenn in Lübigshafen die Arbeitslosigkeit höher ist als in Mannheim, hat die Bilanz im Vergleich zu allen anderen Regionen in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Und die Region in Rheinland-Pfalz, die am schlechtesten dasteht, das ist die Schwester der Rhein-Pfalz, nämlich die Westpfalz, die steht insgesamt sehr mangelhaft da. Und man kann das jetzt auch für ganz Deutschland machen, aber ich würde mal vermuten, aber das ist nur eine Vermutung, dass wenn man dieses Konzept für ganz Deutschland macht, am Ende auch wieder die Metropolregion Rhein-Neckar rauskommt. Weil hier einfach sehr viel, sehr gut zusammen funktioniert und deshalb ist in vielen Sachen die Metropolregion Rhein-Neckar auch Vorbild. Und da gehört ja die Rhein-Pfalz dazu, dann natürlich die Region Rhein-Neckar und Teile Hessens. Und ich muss ehrlich sagen, von allen Regionen, die ich bisher angeschaut habe, ist die Metropolregion Rhein-Neckar, zumindest aus meiner persönlichen Wahrnehmung, die nachhaltigste. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass die tatsächlichen im deutschlandweiten Vergleich sind, sehr gut abschneidet. Denn viele andere Regionen sind oft nur in einem Bereich gut. So sieht man das halt hier auch in der entsprechenden Grafik. Zum Beispiel hat die Region Trier teilweise gute Werte im Bereich der Sozialpolitik und der Ökologie ist ja beim wirtschaftlichen Bereich ziemlich schlecht. Und also Faktoren, immer so Kleinigkeiten. Hättet ihr das erwartet, schreibt sie mal unten in die Kommentare. Was ist eure Meinung dazu? Seht ihr das auch so, dass die Metropolregion Rhein-Neckar wahrscheinlich die nachhaltigste Region in Deutschland ist? Oder kennt ihr eine Region, die noch nachhaltiger ist? Noch vorbildlicher, was Nachhaltigkeit betrifft? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Und, naja, vielleicht benutzt der eine andere von euch ja demnächst mal dieses Verfahren. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn euch das wieder gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Was gibt es noch zu sagen? Ach ja, wenn ihr keine weiteren fanden Videos von der Raumplanet TV verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Wenn alles klappt, dann gibt es demnächst mal wieder ein interessantes Video, wo wir sogar eine Neugestaltung machen. Denn da gibt es zwei Plätze, die verrate ich jetzt noch nicht, die ich so auf meinen Reisen in letzter Zeit entdeckt habe, wo ich der Meinung bin, da könnte man Raumplanerisch, Umweltplanerisch und auch Sozialplanerisch, also aus nachhaltiger Sicht, vielleicht das eine oder andere verbessern. Lasst euch überraschen. Verpassen, werdet ihr das wieder bei nur, wenn ihr vergesst zu abonnieren. Wenn ihr mich abonniert, dann werdet ihr das Video natürlich sehen. Aber wenn ihr mal seid, ich sage an der Stelle wie immer, Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschau! Jetzt muss ich pipi.